Ich habe das Team gesucht über normale Stellenbörsen, bekannte Stellenbörsen und habe lange an diesen Stellenbeschreibungen geschrieben. Also das war was, wo ich mir wirklich Zeit genommen habe, um wirklich die Mitarbeiter zu bekommen, die ich auch so in meiner Vorstellung hatte. Ich hatte so ein Zielbild von den Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Und ja, das hat sich dann auch bestätigt. Das heißt, die Mitarbeiter oder meine Kollegen, wir brennen alle für das Gleiche. Das heißt, wir sind, was Inhalte und Themen anbetrifft, sehr homogen. Dadurch schöpfen wir auch eine enorme Kraft, weil wir uns gegenseitig vertreten können, gegenseitig helfen können, gegenseitig challengen können. Und auf der anderen Seite sind wir menschlich aber total unterschiedliche Typen. Und ich glaube, das macht uns aus und das ist so new.